Professor Kühnhardt, die EU kann doch gar kein Interesse daran haben, das wissen wir, dass es einen ungeordneten Brexit gibt, weil alle verlieren. Also wäre das doch jetzt der Hebel, den Theresa May dann morgen beim Gipfel in Brüssel ansetzen könnte, um noch ein bisschen was nachzuregeln, um noch ein paar Bonbons zu bekommen, um die eigenen Leute und die Gegner und die Opposition zu befrieden. Aber die EU kann keine Bonbons verteilen, weil sie die gar nicht hat, um in dieser undurchsichtigen Gemengelage Einfluss auf die britischen Entscheidungsprozesse zu nehmen. Denn jede Art von ergänzender Erläuterung, etwa zu diesem sogenannten Backstop in Bezug auf die Nordirland-Frage, hätte keine rechtlich bindende Wirkung. Also es kommt das Papierwert, auf den er da morgen beim EU-Gipfel geschrieben wäre. Es sei denn bei denen, die ohnehin daran glauben, dass man irgendwie zivilisiert miteinander auch in Zukunft umgehen wird. Nach einem harten Brexit müsste man auch Verhandlungen irgendwann mal beginnen über die Wirtschaftsbeziehungen. Das geht dann alles sehr ruppig zu uns, sehr rau nach Einbrüchen, auch ökonomischer Natur, über die wir gerade schon gehört haben. Aber ich glaube, es ist unrealistisch zu hoffen, dass die Europäische Union dieses ganze verhandelte, verabredete, verabschiedete und damit auch rechtlich in Form gegossene Vertragswerk noch einmal aufschnüren wird. Angesichts eines Partners, dessen innenpolitische Konstellation so undurchsichtig ist wie, noch schlimmer, am Anfang des Brexits. Und sodass man also wirklich kaum glauben kann, dass hier durch die EU selber die Figuren auf dem britischen Schachbrett noch einmal verschoben werden. Ist das dann vielleicht eine Frage der Semantik oder der Übersetzung des Ganzen? Also wenn die Kanzlerin ja gestern zum Beispiel sagte, so ungefähr, man könnte noch ein paar Konkretisierungen oder Erklärungen vornehmen, die dann Frau May wiederum in ihrer Heimat verkaufen könnte als Gewinne, wäre damit was gewonnen? Vielleicht bei denen, die schwanken. Von denen haben wir aber gesehen, dass ein Teil derer heute hineingestimmt haben, was die Leadership-Frage bei den Konservativen angeht. Und diejenigen, die für einen harten Brexit sind und auch diejenigen, die dafür sind, die konservative Partei vorzuführen sozusagen als eine Partei, die die Interessen Großbritanniens gleichsam an die Wand gefahren hat, sind solche Protokollerklärungen nicht wirklich wirksame Instrumente. Protokollerklärungen dieser Art hat es immer gegeben bei komplizierten EU-Verhandlungen, bei den verschiedenen Vertragsänderungen im Laufe der letzten 20 Jahre. Aber da ging es immer um die Suche nach Konsens innerhalb eines gemeinsamen Rechtsrahmens, innerhalb der Europäischen Union. Hier geht es einfach um den Scheidungsvorgang auf Basis von ganz klar definierten Mandaten der EU, die durchgeführt, eingehalten und durchgeführt worden sind in den Verhandlungen. Und das britische Parlament muss sich nun dazu stellen. Nun wird immer wieder der Zeitfaktor in den letzten Tagen genannt. Könnte man noch etwas an den Fristen ändern? Könnte man jetzt noch was an der Austrittsfrist ändern? Oder müsste man an der Übergangsfrist was ändern, sodass im Grunde genommen der Fall nicht zu tief und zu hart ausfällt? Das hat beispielsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Boris Johnson schon vorgeschlagen oder David Davis, der frühere Verhandlungsminister, der gesagt hat, vielleicht kann man sich einigen darauf, den Backstop auf zehn Jahre zu limitieren. Das mag sein, dass man sich darauf politisch einigt, aber eine rechtliche Einigung wird das dann auch nicht sein. Und vor allen Dingen ist entscheidend, dass dann über einen noch längeren Zeitraum sowohl Großbritannien als auch die Europäische Union gemeinsam darüber entscheiden werden müssen, ob diese Backstop-Lösung sozusagen vom Tisch kann. Und das ist ja das, was die harten Brexiteers da so auf die Palme bringt, dass im Grunde genommen die versprochene Rückkehr der Souveränität nach Großbritannien unter diesen Bedingungen überhaupt nicht funktioniert. Sie wird auch nicht funktionieren durch einen harten Brexit, weil er auch Großbritannien ökonomisch und damit letztlich auch in seiner Souveränität behindert und beeinträchtigt. Aber das alles sind diese Verwirrnisse innerhalb der britischen Innenpolitik, in die sich dieselbige ganz schön selber reingeritten hat. War das dann heute ein Pyros-Sieg für Frau May? Ja, die Schlacht gewonnen, aber den Krieg noch länger nicht zu Ende gebracht. Das ist wohl die Bilanz dieses Tages. Ja, und es gibt unverrückbare Fakten, wie zum Beispiel die, die geschaffen wurde in Sachen der irisch-nordirischen Grenze, dass das keine Grenze sein darf. Das ist etwas, woran die EU festhalten will und festhalten muss. Eben genauso an dieser konsequenten Haltung, dass man sagt, keine Experimente und keine Bonbons für Leute, die mal androhen, rauszugehen. Oder glauben Sie noch an den Exit vom Brexit? Auch das muss sich aus dieser ganzen britischen Gemengelage heraus entwickeln. Unsere eigenen Glaubensgefühle sind da, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Aus Sicht der EU wäre es, um das sehr deutlich zu sagen, sicherlich wünschenswert, wenn Großbritannien ein verlässlicher, berechenbarer Partner bleiben würde, auch über den 29. März hinaus. Aber die Entscheidungen darüber muss das britische Parlament und im Falle eines zweiten Referendums die Bevölkerung selbst treffen. Ich glaube schon, dass es unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten bei dieser polarisierten Situation durchaus eine kluge Option wäre, die Bevölkerung entscheiden zu lassen, ob sie diesen Brexit-Vertrag mit all den Zerrissenheiten, die das ja offenbar bringt für die Innenpolitik, ob sie den befürwortet oder nicht. Aber dazu müsste das Parlament eine entsprechende Entscheidung treffen. Die Bewegung dahin sieht sich im Aufwind, aber vermutlich werden erst die wirklich nächsten Wochen und möglicherweise ein Scheitern der Annahme dieses Vertrages darüber entscheiden, wie es denn weitergeht im Verhältnis letztlich zwischen dem Parlament und der britischen Bevölkerung. Professor Ludger Kühnert, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Erläuterung und die Hintergründe, die manchmal so wichtig sind.